Herzlich willkommen hier zum zweiten Video der dreiteiligen Videoreihe, wo es darum geht, welche Prozesse solltest du im Unternehmen auf jeden Fall in den Griff bekommen, dass du die nächsten zwei, drei Jahre extrem gut überstehst, vielleicht sogar als Sieger aus der Situation hervorgehst, als gestärkter Unternehmer aus der Situation hervorgehst. Den ersten Bereich hatten wir schon, die Liquidität. Und der zweite Bereich, ja, wer hätte das gedacht, ist der Vertrieb natürlich, ne? Also Vertrieb ist genau wie Liquidität ein super relevanter Bereich, weil der Vertrieb bestimmt den meisten Unternehmen mehr als viele Unternehmer selber zugeben würden. Weil der Vertrieb bestimmt halt vorne, was für Aufträge abgeschlossen werden. Und ich gebe dir jetzt nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Dass du mal ein Gefühl bekommst, was für Ausmaßes nimmt das an. Sagen wir, du hast einen Vertriebler, der wird auf Provisionsbasis bezahlt und der schließt jetzt einen Auftrag über 10.000 Euro ab. Er selber hat eine Provision von, sagen wir jetzt einfach mal, 4%. Das heißt, er kriegt 400 Euro Provision. Jetzt will ich jetzt einfach nochmal demonstrieren, wie das Interesse eines Vertrieblers zu dem Interesse des Unternehmens verschieden laufen kann. Bei diesem 10.000 Euro Auftrag hast du, sagen wir jetzt einfach mal, ganz hemmsärmlich 1.000 Euro Gewinn. So. Wenn er diesen Auftrag jetzt für 11.000 durchgesetzt hätte, wären das für ihn 440 Euro Provision. Ich will jetzt nicht berechnen. Ja, macht Sinn. Das heißt für ihn gerade mal ein Uplift, also eine Steigerung von 10%. Für dich wären das aber 2.000 Euro minus diese 40 Euro. Die unterschlage ich jetzt mal. Das heißt, du hättest plötzlich 100% mehr. Und das ist auch der Grund, warum es bei vielen Vertrieben so Probleme gibt, gerade die mit Vertriebern arbeiten. Wenn der Chef das selber macht, dann hat er die Sachen auf dem Schirm. Aber gerade wenn du anfängst, die Verantwortung da abzugeben, hast du ganz oft die Situation, okay, der Vertriebler macht hier ein paar Prozent weniger Preis, weil für ihn sind es nur ein paar Prozent weniger Provisionen. Dich kostet es aber die Hälfte des Gewinns. Und genau aus dieser Perspektive, weil jetzt unabhängig von dem Vertrieblerbeispiel, diese Steigerung hier, 1.000 zu 2.000 Euro, das kannst du der Montage nicht rausnehmen. Das weißt du selber. Du wirst es nicht schaffen, doppelt so effizient zu montieren. Du wirst es nicht schaffen, 1.000 Euro hin zu sparen, die du eingeplant hast in der Montage. Das klappt vielleicht mal, aber das klappt nicht im Durchschnitt. Hier vorne aber 1.000 Euro mehr durchzusetzen, ist im Endeffekt vielleicht einfach 1, 2 Nachfragen, 1, 2 Neins mehr. Ich habe letztens mit einem Partner gesprochen, Schreinerei, auch schon relativ lange Partner bei uns, 2, 3 Jahren. Und er meinte auch, du Alex, ich habe das Problem, der Kunde fragt halt oftmals nach, wie ist denn das? Können wir doch mal so einen Preis machen und so? Ich meine, ihm ja, sagt er einfach mal nein. Nur weil er nach dem Preis fragt, heißt das nicht, dass er jetzt da möchte, dass du was machen musst. Nee, also im Preis kann ich nichts machen. Das ist tatsächlich der Preis, der hier vorgesehen ist. Wenn wir die Leistung reduzieren, könnte ich den Preis reduzieren, aber anders geht das nicht. Alleine das zu machen, weil er hat dann immer schon irgendwie geguckt, okay, wie können wir da was rausholen, wie können wir ihm noch 3, 4% geben. Aber wie gesagt, 3, 4% machen bei dir hier 3, 4%, 30% vom Gewinn aus. Wenn ich von 10% ausgehe, die du wirklich über hast, 10% ist ja wenig, aber ist im Handwerksbetrieb normal, 5% ist sogar eher normal. 10% sind schon die, die ein bisschen besser aufgestellt sind, 20% ist möglich. Aber wenn ich von 10% ausgehe, sind 3% weniger Umsatz, 30% weniger Gewinn. Das ist vielen gar nicht bewusst, aber das können die hinten nicht mehr rausholen. Und das ist halt eine Sache, die in ganz vielen Unternehmen in meinen Augen einfach falsch angegangen wird. Man schaut hinten, dass man bei der Montage die besten Geräte, die besten Werkzeuge hat. Dass die Maschinen super sind, dass alles super effizient läuft, um hier noch 3, 4% irgendwie rauszuholen. Aber vorne, mit einem einfachen Nein, die 3, 4%, die ich mir da schon holen kann, die nimmt keiner mit. Das heißt, hier ganz konkrete Empfehlung von meiner Seite aus. Beschäftige dich mit dem Vertrieb und manchmal auch wirklich einfach Nein sagen. Auch mal sagen, lieber Kunde, nein, das können wir nicht machen. In der Begründung natürlich liefern. Das soll jetzt nicht irgendwie sein, dass du ihn da irgendwie angreifst oder so. Das ist natürlich nicht das Ziel. Aber einfach sagen, nein, das können wir leider nicht machen, weil dann müsste ich auch in der Leistung runtergehen. Und sie wollen ja genau diese Leistung haben. Was man alternativ machen kann, zum Beispiel, wir haben jetzt eine Küche für 20.000 Euro. Jetzt sagt er, er hätte gern 5% Rabatt, das sind 1.000 Euro. Du sagst, 5% kann ich nicht machen. Tut mir leid, weil dann müssten wir extrem runtergehen von der Qualität. Das will ich nicht. Was ich machen kann, ist, ihn Topset kostenfrei zu geben. Macht ein Partner von uns genau so, das sind 40, 50 Euro, da habe ich einen super Hebel drauf. 50 Euro, die ich ihm nachlasse, okay, das macht von mir vielleicht nur 5% vom Gewinn dann vielleicht aus oder so. Müsst du das mal genau nachrichten, aber so circa wird es vielleicht liegen. Vielleicht sind es 3-4% vom Gewinn, die es weniger sind. Kann ungefähr stimmen. Das ist aber überschaubar, das sind nicht 30%. Und damit kann man auch leben. Nächster Punkt, also einfach Nein sagen. Nächster Punkt, nachfassen. Das ist auch so ein Thema, was viele einfach nicht machen. Viele beschäftigen sich damit und das ist, muss ich sagen, gerade im Handwerk extrem schizophren, weil auf der einen Seite sagen alle, sie haben zu wenig Zeit. Auf der anderen Seite, der neue Kunde, der zur Tür reinkommt, in den ich noch, ich sage mittelwert, 6 Stunden Beratung investiere. Bis der mal an dem Punkt ist, dass er wirklich ein Angebot vorliegen hat, dass alle Fragen beantworten, dass er das kaufen kann. Vielleicht auch nur 4 Stunden, aber trotzdem. Ich bin ein bisschen einen halben Tag in ihm. Ist für mich meistens relevanter als Handwerker, als der Kunde, der da schon sitzt, der schon ein Angebot vorliegen hat, der sich gerade noch nicht mehr meldet. Den ich mit einem 5-Minuten-Anruf vielleicht wieder aktivieren kann, sogar mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit wieder aktivieren kann. Und der dann bei mir einen Auftrag lässt. Das heißt, ich kann hier mit 5 Minuten wahrscheinlich sogar mehr hebeln als da mit 4 Stunden, weil der hat schon ein Angebot. Der sagt mir vielleicht vor dem Angebot schon nicht, das wird preislich nicht klappen. Auch das zweite Sache, nachfassen. Mit nachfassen sparst du dir super viel Zeit. Jetzt gerade in der Zeit, auf die wir zulaufen, wird eine schwierige Zeit werden. Ist Zeit einer der größten Engpässe. Weil es wird so sein, dass du vielleicht auch in eine Situation kommst, Mitarbeiter entlassen zu müssen, weil einfach die Umsätze runtergehen. Das kann passieren. Da musst du wieder mehr selber machen. Und dann effizient zu arbeiten, so schon, dass du möglichst viel aus deiner Zeit rausholst, bringt sehr viel. Sogar bevor du über Anlassungen nachdenkst, bringt das sehr viel, weil du auch hier mit deinen Mitarbeitern wieder effizienter gestalten kannst. Dass sie effizienter aufgestellt sind. Und die nächste Sache, auch so ein Riesending, Fragen. Viele gehen immer davon aus, wenn der Kunde irgendwas sagt, die wissen genau, was gemeint ist. Nein, wissen sie oftmals gar nicht. Ja, das war ganz schön viel Geld. Ja, was meinen sie denn, was ist viel Geld? Ja, so 20.000 Euro für eine Küche ist schon viel Geld. Ja, das stimmt, das ist auch eine schöne Küche. Ja, das ist schon richtig. Also, was meinen sie damit? Okay, kann man sagen, würdest du dich davon abhalten, jetzt die Küche zu kaufen für 20.000? Nö, eigentlich nicht. Für nur viel Geld. Ja, klar, aber es ist auch eine hochwertige Küche. Also wollen wir es machen. Einfach wirklich mal dazu stehen zu dem Angebot. Und nicht bei der kleinsten Nachfrage nach dem Preis, sofort runter zu gehen. Das machen sehr viele leider. Wie gesagt, da wird an einer Stelle, wo man einfach nur etwas anderes hätte sagen müssen, das verschwendet, was du hinten in stundenlangen Aufwand, den deine Monteure am Ende haben. Vielleicht deine Schradersagen haben, die Küche anzufertigen. Wenn wir jetzt bei der Küche bleiben. Geht auf einen anderen Bereich natürlich. Können die niemals rausholen. Da werden Stunden verdattelt hinten, wo vorne ein einfacher Satz, einfacher Halbsatz vielleicht sogar, ausgereicht hätte, um das hinten rauszuholen. Und das ist so eine Sache, wo sich vertrieblich viel zu wenig mit beschäftigt wird. Klar, ich könnte es noch viel tiefer gehen. Thema Einwandbehandlung, so sollte man auch können. Ist logisch. Sollte man alles im Griff haben. Es sollte Vorlagen geben. Es sollte safe sein, was für Mails da rausgehen. Dass nicht der eine das schickt, der andere das schickt. Die Angebote sollten strukturiert sein. Die sollten strukturiert erstellt werden. Das sind alles kleine Themen. Aber wenn du schnell was hebeln willst. Nein, nachfassen und Fragen stellen. Dann wirst du schon super viel hebeln, ohne dass du dich jetzt irgendwie komplett verändern musst. Oder dein Unternehmen komplett verändern musst. Wie gesagt, Riesenappell. Kümmer dich darum, dass der Vertrieb gut funktioniert. Dass das gut läuft. Auch hier geht natürlich in das Thema Liquidität, Anzahlung mit rein. Wenn ich jetzt hier schon die Anzahlung nicht durchsetzen kann, dann bringt mir Liquiditätsplanung auch nichts. Weil dann kriege ich mein Geld halt erst, wenn das alles gebaut ist. Gut, ich habe mich jetzt relativ lange darüber ausgelassen. Der Vertrieb ist ein riesen wichtiges Thema. Mit diesen kleinen Nichtgleiten wirst du schon dafür sorgen, dass du automatisch mehr raus hast. In dem Sinne, wenn dir das Ganze gefällt, lass einen Daumen nach oben da, dass du nichts verpasst. Vor allem das nächste Video nicht verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.